Yo, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Kommentary. Diesmal auf der neuen Map Rush. Mit dabei ist der Impact-Clan. Ja Leute, was geht? Hier ist wieder euer Brötchen. Wir zocken jetzt die Map Rush und wir sind immer noch das gleiche Team und so weiter wie in der letzten Runde. Wir versuchen einfach mal so alle Maps durchzocken und einen coolen Score zu reißen, obwohl wir die Maps halt jetzt, wie gesagt, noch nicht kennen. Ja, bei mir lädt es noch gerade, das ist ein bisschen scheiße. Ich glaube, jetzt zock ich mal an SMG, also die MSMC, glaube ich. Aber mein, warum lädt das denn jetzt nicht, ey? Völlig scheiße gerade. Lass mal ein B holen. So, jetzt. Du weißt schon, dass du Sprenggewandels spielst. Äh, scheiße, was ist das für ein Modus? Wolltest du cappen oder was? Fuck, Alter. Random-Hate King. Oh mein Gott, ist die Map komisch. Die ist so jetzt verwinkelt, ne? Oh, Gang. Die ist so klein. Das ist mega. Da haben wir schon mal zwei Kills. So klein wie Kais Peters. Ha. Warum snipen die hier alle, ey? Wieso werfen die alle Granaten, Mann? Oh, einen vor Drohne. Schade. Oh, der leckt, der eine leckt richtig, Mann. Oh, Mann. Ha, haben wir den Camper. Oh, shit. Wir haben einen Random, das ist nicht gut. Einer spielt Saiga, pass auf. Nein, bitte, Nate. Oh, geil. Wollen wir versuchen, A zu planen? Dennis, Dennis, gehen wir da rein. Oh, das war jetzt dumm von mir. Oh, die kommen alle zu mir hoch. Ja, plant A, gut. Boah, ist das hier komisch verwinkelt, ey. Die kannst du ja mal gar nicht kennen. Oh, meine Maus. Ja, wie viele da kommen, ey. Kurz vor Orbi. Warum, why did you plant B? Wow. Oh, Junge, Reaper, man. Immer auf ein Game zu gehen. Ja, ich weiß. Was sagst du? Akin, sagst du? Oh, mein Gott. Was ist das denn? Hä, Sprengkommando spaut man noch einmal gleich, oder nicht? Nee, nicht, wenn ihr über den Kasten geht und spaut. Ah ja, stimmt. Wir sind hier ein bisschen weiter vorne auf jeden Fall, ne? Ja, eben sind sie bei uns gespaut. Ey, Junge, ich komm die Leichter nicht. Ja, Alter, wo... Ey, die Möpfliken dir gar nicht. Die Möpfliken. Die Möpfliken. Die Möpfliken. Die Möpfliken. Meine Möpfliken. Die Möpfliken. Meine Möpfliken. Die Möpfliken. Die Möpfliken. Die Möpfliken. Die Möpfliken. Die Möpfliken. Ja, nein. Ey, boah, bin ich grad schlecht, Mann. 12 zu 2. Ja, ist okay. Alle geht 7-0, ey. Du spielst aber komplett non lethal, ne? Hacker. Auf jeden Fall nehme ich jetzt hier immer den ersten Versuch, ist mir egal. Ja, ich auch. Keine Ahnung, Mute einfach. Werde klar, werde klar. Ne, guter Klan, der schreibt doch Pro oder so. Ach, ist mir auch egal. Geekleiter der Meere, Degen. Scheiße. Okay, ich würd sagen, wenn wir die Hälfte der Map erreicht haben. Ja, das war echt klein. Jetzt hau raus. Ist das neue Dom, würd ich mal sagen. Die ist echt klein. Hab ich auch das Gefühl, die ist richtig winzig. Oh mein Gott. Wie ich übersterbe, Alter. Kill confirmed. Ich merke, dass wir Orbi haben. Oh, das ist... Ey. Die kämen alle da. Alle. Geh mal hinten rein. Scheiß, Alter. Der mit Orbi, ne? Ey, mach gut. Was macht der denn da, ey? Oh mein Gott. Hä? Kann ich danach in eure Party? Sind leider sechs Leute. Oh, wie kann der mich denn killen, Mann? Lass den planten! Ey, das geht doch gar nicht. Ey, das ist ja unmöglich, das ist ne Connection, Alter. Ja, welche Waffe nehm ich werden. Oh, hier ist schon mal ein geiler Spot, auf jeden Fall. Ey, ich verstehe nicht, wie ich mich holen. Ja, genau. Das heißt, wenn wir den Gegner zu flankieren. Wir holen einen so undogisch, ne? Ja, vor allem ist das richtig schnell. Lass die doch, lass die doch sonst einflanken. Ja, ey. Wie kann man so campen, wie dieser Meatballs jetzt mal wirklich, Mann. Ja, Aki, warum hast du den grad getötet? Jungs, ihr dürft doch nicht zu schnell. Ja, er hat geplantet. Und, fuck off. Ihr dürft doch nicht zu krass auf den Sworn rauf. Sworn, killt die von weiter weg. Ja, halt jemand orbit oder so. Ey, lass die mal ein bisschen weiter rein. Ey, Kai, 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 bleib genau hier stehen. Woho. Nicht diese Grenze übertreten und ich wette, der wird sterben. Ja, aufpassen, wenn sie jetzt in den Granaten holen. Das ist ein Painball. Vor hinter uns. Ich will schon dreimal schon Backcreate. Lass ihn noch planten. Aber nicht, wenn der mich so krass im Visier hat. Wenn der mich nicht sieht, ist okay. Ja, die Runde haben wir auf jeden Fall schon gewonnen, ey. Oh, diese Fliege, ne? Die werfen nur Nades rein, ey. Ja, ich will es auch. Ja, was soll sie anders machen? Das Sworn-Craft wird auch nicht. Herr, mach auf jeden Fall. Kripo Assists, Mann. Ist auf jeden Fall hier eine heftige Headlitcher-Mapper. Er ist oben wieder. Ey, wie dieser Meatballs am laggen ist, ey. Der... Oh, ich... Guckt euch. Ne, lächerlich. Ah, Mann, meine Maus, Alter. Die Runde war echt schlecht. Na? Ey, diese scheiß... Das gibt's doch gar nicht. Don't defuse, please. Ja, ja, lass sie... Lass sie... Oh. Lass... Lass sie... Also hier würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein Sturmgewehr zu spielen, ey. Die ist... Die ist zu verwinkelt. Ich treff ihn nicht. Ey, das... Das ist... Das ist so lächerlich. Der war wieder invisible, ne? Ja... Schick, trick. Ey, der hat's mit dem Camp. Ne, das scammt er nämlich. Will ja nicht da lang kommen, Mann. Auf jeden Fall jetzt A beschützen. Wann, ist camp da so. Will ja nicht drauf. Ja, ja, und jetzt kriegen sie mich. Gut. Ja, ey, komm, wie schnell droppe ich denn, Mann? Es ist so unlogisch, wie schnell ich heute sterbe, ne? Hat Schild daneben. Ja, nee, nicht Schild... Oh, jetzt sterbe ich noch durch den Wächter oder was, ey? Ey, ihr gebt mir mit KSG One-Shot direkt, Alter, so ein Lacker. Ey, Mann, das gibt es nicht. Der ist mit der KSG, der Nerv. Ihr stirbt nicht, wie ich sterbe, Mann. Oh, wieso haben die zwei Wächter leuchtet? Die Blenden bei A. Ich gehe hier ganz außen rum. Das ist die Hörer schon scheiße, Alter. Ich sterbe so unnummern, schnell. Ich defuse, ne? Ja, gut, mach. Deck mich bitte, deck mich bitte. Das von wegen decken, ne? Ey, wir sehen ihn noch selber nicht, wenn ich... Die Map ist komisch, ey. Also, so gut finde ich die jetzt nicht hier, ey. Versteht die gar nicht. Ja, für das Sprengkommando ist sie scheiße. Das muss man sagen, oder... Boah, was geht mit dem, Alter? Immer der mit der KSG, der mich holt. Ja, der hat halt ne irgendwie se... Der hat halt ne irgendwie se Beheblogs, ey. Ja, Mann. Er disconnected einfach von meiner Haut. Die kommen aus unserer Seite, Jungs. Das geht doch nicht. Doch. Fällig leger, ja? Nicht so leger. Wow. Ey, immer diese Granaten. Ich verstehe nicht. Oder schau dir das doch mal an, Mann. Es ist so lächerlich, wie schnell ich heute sterbe, ne? Weil ich einfach gar nichts treffe, ey. Ey, wie schnell sterbe ich denn? Ich bin zweihillt. Ich hab das Gefühl, dass der Spreng besser ist als... Als, äh, anvisieren. Oh, ja. 37-12. Kann man lassen. Kann man lassen! Die Runde war echt schwierig. Ja. Vor allem dein Sprengkommando auf der Mitte, den du noch nie gespielt hast, ne? Victory. Ist okay. Er guckte sein Score an 18-22. Und er hat das Klante erkannt. Ja, Jungs, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wieder einen Daumen da und haut da rein. Jo, haut da rein. Ciao.